Leck mich. Bedienen sie sich, Herr Horxen. Bedienen sie sich. Hier ist jede Menge Zeugs noch zu kriegen. Ich hab ja nichts mehr. Nichts mehr. Hier ist auch ne Mondkiste. Wo? Hier bei mir. Wahnsinn, ich komm sofort. Ich muss mal eben hier aus dem Menü raus. Ach Mensch Leute, ich schreib immer das Falsche. Kommen sie her hier. Ich guck mal, da sind sie. Da ist ne Kiste, da ist nicht ne Mondekiste. Spezial Mondkiste. Aber jede Menge Mondkiste. Weck mich ab. Das war heftig. Das war nicht schön. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das war nicht toll. Da oben liegt nur Spezial. Aber wir haben es geschafft. Nur eben halt... Wie komm ich denn da oben drauf? Wo? Ah, hier. Was denn da? Ist da noch was? Ja, ich hab da für mich noch was. Ach, ich hab da noch was Heilung. Leck mich am Arsch. Soll ich das Tor aufmachen? Nein, ich bin noch nicht bereit. Hier noch was. Kann ich halt nicht von hier aus begucken dann, wie sie da durchkämpfen. Wir gehen aber durch ein Tor, ne? Mhm. Wir müssen durch die Mitte. Ja, dann los. Öffnen sie. Bin bereit. Ich glaub, die ganzen Tore gehen dann auf, kann das sein? Oh Gott. Ich stell hier auf jeden Fall erstmal ein Geschütz. Ich möchte auch die Frage gar nicht mehr fragen, ob sie von den Blacktasks sind. Ach so. Ich glaub, das hat sie nicht erlebt. Ich glaub, wir wissen es mittlerweile. Die Wechsel auf Sniper. Ab wo gehst du? Ach du Scheiße, die Wechsel auf alle. Das kannst du mal für. Die Wechsel auf. Na, wenn es nicht losgeht. Oh mein, der ist halt schwer geworden. Da kannst du doch mal für! Scheiße, der kommt rum, wir müssen weg hier! Verdammt! Warum kommen wir da nicht dran? Warten wir mal, ich versuch mal, von denen kommen wir auch nicht dran. Sie verziehen sich zurück, der bringt uns weg. Der spielt ja schon weg, der ist ja schon raus. Oh, da kommt noch ein Abschuss, ganz geil. Ah, nur ein Schuss, da wird der Geschützwagen drin gewesen. Der ist wieder geheilt, na toll. Der ist wieder geheilt, na toll. Vorsicht! Ich schau mal das Seitentor hier auch noch auf. Ich fange da mehr an. System fehlfunktion. Direkt Heilungsgerone, ne? Äh, ich muss mal den kurzen Medien nehmen. System reaktiviert. Da, der Wagen kommt wieder, der Schusswagen. Der kommt nirgends wo mehr. Doch, hier! Auf meine Seite! System wieder online. Der ist kaputt! Der ist kaputt! Nein! Hier ist der! Bei mir! Aua! Wo ist denn der Geschützwagen? Bei mir! Der Geschützwagen ist kaputt, Mann! Jawoll! So, wir müssen uns um die Drohne kümmern! Oh, an! Der ist geklappt! Der ist kaputt! Hallo! Hier ist noch einer. Sofort, Ihre medizinische Hilfe erforderlich! Ein eigenes Publikum ist platt! Aua! Hier ist noch einer. Aua! Wer ist das denn? Oben! Oben! Da! die schießen warten sie mal oben links ist auch noch einer geschützt war und wirken die waffe der schaffte keine drohne mehr ich halte ihn den scharfschützen die ganze zeit untergefasst zieht sich zurück da kommt noch an der nase ja der kriegt jetzt einen rolli von mir das war's ich komme auf seine position bleiben sie da und gehen sie einfach geradeaus dann kriegen sie ihn besser moment ich rutsche mal vor ich sehe nicht jetzt sehe ich rutsche nur ein hoch jetzt habe ich ihn gleich ich schreit vor angst weil sie nicht weg kann wir haben hier noch ein bisschen liegen lassen aber nicht allzu viel so dass die waffe nicht gut ist bei gut wir kommen wohl durch so ist das nicht aber vor leute ist auch zu kampf ohne scheiß warum machst du das toll denn auch weil hier jetzt eigentlich nichts mehr passiert solange wir nicht im gebäude sind haben wir da nicht rein rennen dann kommt ja wieder die komische dieser komische raum leute also wir haben sie eigentlich mit dem balancing einiges svd scharf schützen muss ich doch mal schauen ob die jetzt besser ist oder schlechter ist oder was auch immer und meistens ist das ja da wieder so das ist ein geschützt ja wie geil dann kann ich mal gucken wahrscheinlich beschissener mal gucken die schlechter natürlich ist es schlechter ich habe das auch nicht anders erwartet ich habe es nicht anders erwartet pro minute ist mir auch schlechter die ist komplett schlechter magazin 13 schuss also guck mal eben beim geschützt ob ich da was mäßig verändern kann auch mal gucken wie machst du das du gehst auf das geschützte und dann guckst du mod ne und siehst du ob du eine bessere mod ja wenn sie haben ja auch stufen magnet schiene zum beispiel für 1,8 schaden ich habe jetzt eine shd cpu v 2 pro 10 prozent schaden eben der sturm geschützt um verfolgt die automatisch sein verhalten nach so haben wir was besseren höheren wert ich gucke gerade mal schaden der schaden ist höher schiene bringt nicht viel noch mal nach habe das alles schon ausgerüstet ich habe da nicht mehr viel ach du scheiße das noch mehr aber hier habe ich was bessere hier habe ich schon viel bessere ja die zeit habe ich jetzt verbessert und mehr kann ich nicht ohne können wir die drohne nicht benutzt die drohne da nicht besser helfen weiß ich nicht hab die drohne uns besser helfen kann was auch gut ist ist ein drohnen stock den können sie werfen in so einen haufen gegner und der kann sie dann der kann sie dann total ja ein bisschen verbessern wissen sie den drohnen stock wenn sie den ausrüsten der ist auch nicht schlecht wenn sie den drohnen stockt aber da haben wir noch nicht so viel frei ich glaube so gut wie gar nichts gemacht da müssen wir erstmal ein paar spezialisierung noch auswählen wohl wir haben haben wir es hat die ich weiß gar nicht müssen wir mal in der ding im weißen haus werden wir so viel mission schon gemacht so wir gehen jetzt im moment stopp ich muss jetzt erstmal gucken ob ich da überhaupt was ändern kann warten sommer also mal bitte weil ich habe ja so viele klamotten bekommen und da bin ich mir nicht tausend leute langweilen sich jetzt da so ein bisschen dann machen sie schnell haben sich hier nicht zu langweilen wir machen gute unterhaltung hier das stimmt ist keine langweilen 7000 ich müsste eigentlich eine andere waffel nehmen ansehellen hat 50 schuss die tommy gone na egal kommen sie mal ich komme mit im sammer hat 50 schuss aber die kann die hat gar keine die muss aber in diesem scheiß raum und ich weiß ganz genau da war dieser komische der den schaum da gesprüht hat ja kommen sie wir gehen da jetzt rein und machen dann machen wir mal den südflügel sauber das ist auch der raum system gedrosselt alles nachladen system reaktiviert system stürdingen wo ist das stürding ist kein störding ist ja noch kein einsatz system wiederhergestellt hier kommt man nicht so wie geht es rein system gedrosselt da ist der raum da ist sonst stürding drin genau dem ist system wieder online system unterbrochen da ist das stürding weil ich sie es ich baller drauf wiederhergestellt ist mir ja ich bin dabei gehen wir dann nach oben ja du kannst nicht nachladen kollege ja warte mal ja ich bin aber zu mir ist auf anderen seite wie es mir genau gegenüber was das haben wir es geschafft war hart aber machbar ich komme mal eben rüber ich muss ein paar sachen einsammeln hier die fallen gelassen haben aber runterspringen es war wie soll ich sagen hat aber hart aber machbar obwohl ich das nicht so hart fallen als das was gerade war geschützt müssen wir noch zusammen packen so dann geht es hier rein jetzt geht ja das ist ja noch einfach da müssen wir ja nur durchlaufen hier ist eine kiste jetzt noch was ist denn hier sie mal das ist ein bisschen besser einmal schauen ja leute ist leider so ich muss mal nachgucken weil besser oder nicht besser 27 kommen aber die hat 50 schuss leute das problem wenn du eine knarre ist die weniger schuss hat aber ich könnte die nehmen und dann die nehmen dann hätte ich immer noch besser 27 das machen immer wieder trotzdem irgendwie ein bisschen ich nehme die mal was macht irgendwie keinen sinn gerade was macht es macht keinen sinn waffen zu kriegen die schwächer sind also dass man das ist schwachsinn ich möchte darüber kann ich nachdenken das ist blödsinn das ist auch keinen sinn bringt nichts bringt so nichts die habe ich ausgerüstet und jetzt muss ich noch die zweite waffe ausrüsten da nehme ich denn wieder die tommy gun weil dies geil tommy gun ist geil muss ich wirklich sagen habe ich die auch ne habe ich nicht da können sie zwar keine mod drauf legen aber dies gar so weiter noch was da sind wir das noch machen oder so war das beim nächsten mal jetzt muss unterbrechen ist vielleicht besser wir unterbrechen kurz leute eier bis gleich